Ich kenne schon seit, ich glaube, zehn Jahren, ja doch, meine erste Eigentumswohnung habe ich vor zehn Jahren mit ihm finanziert und habe ihn da kennengelernt und ich kann nur sagen, dass ich, es gab noch zwei weitere Male zwischendurch, wo wir zusammengearbeitet haben, bis jetzt immer zufrieden gewesen bin. Er schützt ihm halt sehr gut geholfen in einer doch relativ angespannten Situation Ende des Jahres 2010, sprich behindert durch Weihnachten, Silvester und diverse Feierlichkeiten drum herum und innerhalb von knapp drei Wochen haben wir, oder gut drei Wochen sind es gewesen, haben wir eine Finanzierung über 35.000 Euro auf die Beine gestellt, die soeben unterschrieben worden ist und ja, also mir doch große Probleme löst. immer weiterempfehlen kann, weil das bringt was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017